Ihr Brutalfreunde, wie es ab geht im Wald. Gleich am nächsten Platz und schaut euch den Aschi an. Einmal umdrehen brauchst du grad und schon das nächste Schmankerl. Ja und neben dem Kerb, ich seht das eben, ich habe mir im Hintergrund schon halb aufgemacht, vor lauter Freude. Ja, der Schlawiner jetzt hinter der Wurzel versteckt. Ja und im Maus sind auch so Geschossene. Ich habe schon gemeint, die wachsen unter dem Pflücken schon noch. Ah, der nächste. Und der nächste. Ja, Alec. Meine Schwester hat gerade gerufen, wir müssen uns bei der Tüchle übers Kerbe tun, sonst hupfen wir uns noch ins Kerbe. Ja, oder nächste Oemi. Oh. Jetzt kommt das große Finale. Der brutale Battle mit dem letzten Schwammer. Der hat sich gestreipte Sauber. Oh Scheiße. Das ist sehr gut dazu. Vielen Dank.